Wir sind hier in Zürich, in einer der Mannschaft der Diamant-League. Als Erfahrung ist es natürlich mega cool, von daher ist es schon sehr wichtig. Wir machen ein Verfolgungsrennen. Die vier schnellsten von der Schweiz in jeder Kategorie können starten. Die ältesten müssen tausend Meter rennen. Je jünger man ist, desto mehr Vorsprung hat. Dann schauen wir mal, wer gewinnt. Es ist wirklich genial. Es ist wirklich eine Erfahrung, die ich noch nie gemacht habe. Ich habe mich in diesem Stadion gewonnen. Die Stimmung war wirklich cool zum Laufen und natürlich im Letztengrund. Ein riesiges Stadion zu Laufen mit vielen Leuten. Wir haben auch Spaß gemacht. Anstrengend, am Anfang sehr schnell. Aber das mache ich jetzt schon zwei Jahre. Ich war schon immer da. Das habe ich immer so gemacht. Ich habe gedacht, ich probiere es wieder. Ja, es war cool, als die Schweiz über die Ziellinie zu kommen und diese Zeit zu sehen. Es ist einfach mega geil. Untertitelung des ZDF, 2020